Wir beginnen ganz easy, so dass ihr euch an das Gerät gewöhnen könnt. Setzt erst einmal den rechten Fuß auf die graue Fläche und kommt dann mit dem linken Fuß auch nach oben. Und jetzt merkt ihr ja schon, da kann man wunderbar wippen. Das machen wir jetzt mit Absicht. Wir machen den sogenannten Side Whip. Rechts und links, einfach so ein bisschen zur Seite raus. Und dann hört ihr schon, wenn ihr ganz weit geht, dieses Klacken. Das versuchen wir aber jetzt mal abzustoppen, sodass das gar nicht so laut ist. Genau, nimm ruhig die Arme locker mit so ein bisschen. Rechts, links und rechts, links, rechts, links. Genau. Noch viermal, dreimal. So und jetzt wird es schwierig. Wir halten in der Mitte. Stabilisieren. Nimm mal die Arme nach vorne. Versuch so ruhig wie du kannst oben zu stabilisieren, zu bleiben. Gut. Schultern locker. Und wir wippen nochmal. Stabilisieren. Jawoll. Schön gegenhalten. Und nochmal in die Bewegung. Rück und vor. Rück und vor. Rück und vor. Rück und vor. Noch vier. Noch drei. Noch zwei. Und hier nochmal halten. Gut. Lass immer so ein bisschen... Schultern locker. Genau. Und jetzt beug die Beine. Schieb dein Gesäß nach hinten. Schau am besten mal so diagonal vor dich auf den Boden. Halten und stabilisier hier. Genau. Zieh dich dann wieder nach oben. Atme am besten ein dabei. Ausatmen. Lösen. Sehr gut. Gleich nochmal hoch. Einatmen. Schultern locker lassen. Ausatmen. Gesäß schieb zurück. Stabilisieren. Du merkst jetzt wackelst, wenn du nach unten gehst. Halten hier. Genau. Schieb das Gesäß nach hinten. Wieder aufrichten. Einatmen. Und ausatmen. Lösen. Es geht dabei. Noch einmal den Turnaround. Versuchst du vielleicht mal ein bisschen größer zu werden. Knie. Und ruhig, wenn du willst, auch die Hüfte mitzunehmen. Sehr schön. Turnaround. Super gut. Bleib in der Mitte. Stabilisieren. Jetzt ziehst du einmal die Arme hoch. Und versuch mal deine linke Fußspitze vom Boden zu lösen. Stabilisieren. Jawoll. Sehr gut. Halte noch ein bisschen. Ausbalancieren über den Fuß. Du merkst auch deine Rumpfmuskulatur arbeitet. Und senk dich langsam wieder ab. Locker lassen. Genau das gleiche natürlich auf der anderen Seite. Du merkst nicht mehr. Also an dann Hope den